Hi, ich bin Lottie Lamas aus dem Klinikum Mutterhaus aus der Chirurgie 1. Ich bin Assistenzärztin im 5. Jahr. Als einziger kirchlicher Maximalversorger in Rheinland-Pfalz verfügen wir über ein breit aufgestelltes Team. Von der Visceralchirurgie über die Thorakchirurgie und die Unfallchirurgie bis hin zur Gefäßchirurgie. Da ist wirklich für jeden was dabei. Ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit, weil die Zusammenarbeit mit meinem Team und das ist keine Floskel, mir wirklich super viel Spaß macht. Die Hierarchie bei uns im Team ist sehr flach. Das äußert sich zum Beispiel in gemeinsamen Skiurlauben, Afterworks, aber auch im OP. Da merken wir uns manchmal ein bisschen, arbeiten aber auch sehr gut zusammen, einfach um den Patienten die bestmögliche Versorgung zu ermöglichen. Hast du Lust an komplexen Krankheitsbildern zu arbeiten in einem familiären Team und für höchstmögliche medizinische Qualität zu stehen und das im Herzen Europas, dann bewirb dich bei uns im Klinikum Mutterhaus.